Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit auf unserem Weg vom objektorientierten Datenmodell hin zur Softwareanwendung. Wir haben ja jetzt Daten erzeugt, wir haben die Möglichkeit die Daten abzufragen, zu aggregieren. In zwei Möglichkeiten, in C-Sharp geschrieben, in LinkU geschrieben. Und jetzt wollen wir nochmal an einem Beispiel so eine LinkU-Abfrage von Objekten durchspielen. So, jetzt schauen wir uns mal hier diese vier Knöpfe an. Hier habe ich jetzt einfach mal Abfragen hinterlegt. Wir werben mal einen Blick da drauf. Ich habe hier mal einen Breakpoint reingemacht. Wir sehen hier, ist eine Abfragesprache direkt in das C-Sharp integriert. Wir haben ja jetzt das Problem bzw. die Herausforderung. Am Ende des Tages sollen unsere Objekte in einer Datenbank leben. Die Datenbanken sind heute in der Regel keine objektorientierten Datenbanken, sondern sogenannte relationale Datenbanken. Das heißt, wir haben da drin Tabellen und die Verknüpfung zwischen den Tabellen wird einfach über Ganzzahlen gemacht. So, und was wir jetzt im Prinzip machen, wir klopfen unsere Objekte flach. Aus jedem Objekt wird so ein Eintrag in die Tabelle. Und dann möchte ich jetzt aber diese Objekte wieder aus der Datenbank rauskriegen. Jetzt ist es ganz oft so, dass man dazu SQL nimmt, also eine Abfragesprache, die quasi mit diesen flach geklopften Tabellen arbeitet. Und dann macht man eben aus den Ergebnissen, die dann auch wieder Tabellen sind, wieder Objekte. Was wir machen ist, wir benutzen Link-U. Link-U ist in C-Sharp eingebettet und sieht so aus. Also, wir wollen jetzt, wir sehen es hier, also ich lege jetzt mal hier so eine Variable an, die heißt Personen. Und C-Sharp, das Visual Studio, blendet uns ja hier gleich ein, was es ist. Und wir sehen, es ist also so ein I-Enumerable. Also etwas, wo man mehrere Personen draus auslesen kann. Zum Beispiel mit einer For-Each-Schleife, so wie wir es schon gesehen haben. Und hier sehen wir jetzt also, from Person in Data.Personen. Das hier ist ja im Prinzip die Liste aller Personen. Wir hatten ja diesen Data-Adapter eben gebaut, mit einfach mit diesen drei Listen dran. So, und jetzt sagt er also, ich möchte gerne Personen abfragen. Und zwar von Personen irgendetwas. Und zwar gibt es hier noch eine Work-Ware-Clause. Also alle Personen, bei denen der Vorname den Doppelbuchstaben TT enthält. Wir erinnern uns, wir haben Otto und Pitt und so, die müssten das dann sein. Und von denen selektiere ich die ganze Person. Ich könnte jetzt auch hier mit Kommas getrennt mehrere Attribute selektieren. Aber wenn ihr einen relativ großen Objekttypen habt, brauche ich nicht alles aus der Datenbank holen. Sondern nur das, was mich interessiert. Aber erstmal so für uns im ersten Schritt. Also wir holen uns alle Personen aus der Liste der Personen, bei denen das hier gilt. Ja, und selektiert wird die ganze Person. Ja, und dann wird im nächsten Schritt, wird einfach hier die Reihe der Personen ausgegeben. So, und dieses Ding möchte ja jetzt Wohnorte ausgeben. Das heißt also, wir schauen uns gleich nochmal an, wie wir das mit den Wohnorten machen. Ich starte das jetzt aber mal. Also wir sehen jetzt hier die Konsole für die Ausgaben und hier den WinForm für die Knöpfe. Und wir drücken als erstes mal Init, damit wir überhaupt mal Personen drin haben. Der setzt jetzt im Prinzip einmal unseren Demo-Datensatz da rein. Und wenn wir jetzt auf das Wohn-In klicken, dann müsst ihr ja hier bei dem Breakpoint anhalten. Probieren wir mal aus. Also wir kommen hier raus. Ja, und wenn wir jetzt auf den nächsten Schritt gehen, dann sehen wir, ist jetzt hier in Personen etwas drin. Wir wissen ja nicht so wie viel, weil das ist ja ein IEnumerable. Das heißt, da kann ich jetzt immer den nächsten rausholen, aber nicht unbedingt zwingend wissen, wie viel da drin sind. Das ist das Typische, das habe ich bei der Datenabfrage ganz oft, dass er sagt, okay, ich habe am Adapter die Möglichkeit, die Ergebnisse abzufragen, aber nicht unbedingt immer die Möglichkeit auch zu wissen, wie viele das sind. Ja, jetzt gehen wir mal hier durch. Also eine ForEach-Schleife und in jeder Schleife wird jetzt hier an der Person der GetFullName aufgerufen. Jetzt sehen wir hier, die Person ist der PitFisher. Das heißt, aus GetFullName müsste jetzt PitFisher rauskommen. Ja, gucken wir mal auf die Konsole, was die da so ausgeben, wenn wir da fertig sind. Ja, da sind wir also schon beim nächsten. So, also das Rätsel ist Lösung. Vornamen mit zwei T's haben Otto Müller und PitFisher. So, in der nächsten Abfrage machen wir jetzt noch was Ähnliches. Also wir holen uns wieder aus den Personen alle raus. Ja, und auch wieder alle die mit dem Vornamen, wo ein TT drin vorkommt. Ja, und zwar jetzt nicht mehr, wir vergleichen mal hier, hier war ja das From, Person und Person, sondern hier gibt es jetzt noch ein zweites From. Hier gibt es jetzt noch ein From von dieser Person wohnt in. Ich mache jetzt also quasi eine verschachtelte Abfrage und frage jetzt nicht mehr alle Personen, sondern nur die Personen mit TT und von denen frage ich über wohnt in ab die Wohnorte. So, das heißt, dass ich jetzt raus habe bis jetzt, wäre erst mal eine Liste voller Städte. Ja, dann habe ich hier noch so eine Order By Clause drin. Das heißt also, das Ganze wird jetzt sortiert nach WI-Punktname. WI ist dieser WohntIn, das ist die WohntIn-Stadt. Ja, wir sehen auch hier, Visual Studio hat uns das schon eingeblendet, dass also da offensichtlich Städte drin sind. Und wir selektieren jetzt, wir haben ja Personen und Städte und so, wir selektieren jetzt genau dieses WI. Und dieses WI ist eine Stadt. Das heißt, wenn ich jetzt mehrere Städte selektiere, was kommt raus? Ein Objekttyp, mehrere Städte. Und das ist ja hier unser Aufzähltyp Stadt, also dieses I-Enumerable Stadt. Und da rufe ich jetzt nochmal Distinct auf. Das Distinct sorgt jetzt dafür, dass wenn dann Stadt doppelt drin vorkommt, dass sie nur noch einmal drin vorkommen. Das sortiert im Prinzip die doppelten Städte aus. So, und jetzt das Gleiche nochmal hier für alle Wohnort in Wohnorte. Das hier ist unser Wohnorte, wird jetzt die Short Description ausgegeben. Das machen wir jetzt auch mal eben. Also die ganzen Wohnorte von diesen beiden Personen. Also Einschränkung war ja auf Personen mit Vorname TT. Und von denen die Wohnorte, die wir über WohntIn bekommen. Das Ganze machen wir jetzt, bis wir fertig sind. Da müssten, glaube ich, drei Städte bei rauskommen. Und schauen wir mal auf die Konsole. Ja, also Müller, Otto und Fischer-Pitt wohnen in Essen, Frankfurt und Mühlheim. Also das wäre jetzt mal zu überprüfen, ob das im Datenmodell tatsächlich so ist. Dann stellen wir fest, also Pitt und Otto, das sind ja hier unsere beiden Experten. Also Pitt wohnt in Mühlheim und in Frankfurt und Otto wohnt in Essen. Das ist ziemlich genau das, was wir hier sehen. Also Wohnorte sind Essen, Frankfurt und Mühlheim. Das passt. Und so kann man dann im Prinzip diese Abfragen verschachteln. Schauen wir uns mal die nächste Abfrage an. Ich habe jetzt mal hier, die habe ich jetzt mal Land genannt. Hier geht es jetzt darum, rauszukriegen, welche Personen in einem Land wohnen. Ja, das könnte jetzt eins von den vielen Ländern sein. Wir haben ja nur eins, wir haben ja nur Deutschland. Mal schauen wir mal. Also hier ist jetzt die Person. Ja, werden die Personen aus dieser Liste von Personen selektiert. Und jetzt ist die Where-Clause ein bisschen anders. Also hier könnte ich ja jetzt gucken, über dieses WohntIn, kriege ich ja für jede Person eine Liste voller Städte raus. Und jetzt vergleiche ich an dieser Liste der Städte, also WI ist die Stadt, die ich selektiere. Und da muss das LeakedIn gleich. Und da habe ich jetzt einfach mal Deutschland mir rausgesucht, indem ich Data, Länder, First or Default genommen habe. Also er holt mir jetzt das erste Land. Gut, wir wissen jetzt, es gibt nur eins. Aber wenn es ja zum Beispiel Österreich gäbe, dann könnte ich hier eben Österreich abfragen. Aber First or Default gibt mir das erste Land. Und wir sehen, Länder hat ja auch nur den Count von 1. Das passt also. Und hier haben wir jetzt so einen Vergleich. Und dieses Andy wird immer dann wahr, wenn es genau ein oder mehrere gibt, bei denen das wahr ist. Und wenn ich jetzt abfrage, liegtIn ist gleich das Land, also Deutschland in dem Fall, dann würde im Prinzip das immer dann gültig, wenn die Person in einer Stadt wohnt, die zu diesem Land gehört. Ja, dann habe ich hier wieder eine Order by, also jetzt nach dem Familiennamen diesmal. Und wir selektieren wieder die ganze Person. So kann ich im Prinzip jetzt diese Abfragen verschachteln. Also wo ich sage, ich habe eine Relation, die liegtIn. Und über diese Relation frage ich jetzt ab, alle Menschen, die in Deutschland wohnen. Na gut, Deutschland ist jetzt in dem Fall vorgegeben, weil es das Land ist, was hier rauskommt. Wenn ich das jetzt mal mache, stelle ich fest, okay, jetzt haben wir hier eine ganze Reihe Personen. Ja, und jetzt haben wir hier wieder den Standard, dieses Standardkonstrukt, dass wir einfach sagen, okay, wir gehen jetzt über alle Personen einmal drüber und geben auf der Konsole das GetFullName aus. Und jetzt müsste eigentlich am Ende auf der Konsole alle auftauchen, weil bei uns ja im Moment tatsächlich alle in Deutschland wohnen. Und da sehen wir also Hein Blöd, Pitt Fischer, Jan Mayer, Otto Müller, Erwin Schmidt und Klaas Kunze. Und das Ganze sortiert nach den Nachnamen. Haben wir hier auch gemacht. Haben gesagt, okay, Order by Family Name und dann die ganze Person selektieren. Die ganze Person brauche ich natürlich auch, weil ich möchte hier über GetFullName diese Funktion ausführen. Was er jetzt halt macht ist, er beschafft uns das komplette Objekt aus der Datenbank, also sprich diesen plattgeklopften Datensatz und macht jetzt für jedes einzelne wieder ein Objekt da draus. So, dann nehmen wir mal den hier, Flüsse. Also, jetzt habe ich gesagt, okay, ich möchte mal Städte, die an Flüssen liegen, rauskriegen. So, hier haben wir nochmal unser Select Object. Das ist ja diese Listenform, die ich gebaut habe, sodass man Objekte auswählen kann. Dann gibt es hier eine Überschrift, alles wunderbar. Und jetzt ist die Frage, was für Objekte soll er auswählen? Und da sage ich jetzt einfach mal alle Flüsse. Er soll also rauskriegen, alle Flüsse. Und jetzt haben wir ja da drin so einen Abbrechen-Knopf. Und wenn ich da abbrechen klicke, dann kommt da eben Null raus. Das heißt also, wenn mein Fluss zu Query Null ist, dann ist gleich vorbei. Gut, das ist ja das, was ich haben möchte. Das probieren wir jetzt einfach mal aus. Also, wenn ich jetzt hier das weiterlaufen lasse, dann geht ganz normal hier dieses Form auf. Also kann ich jetzt hier irgendeinen Fluss aussuchen. Ja, jetzt suchen wir uns mal einen aus, der ein bisschen spannend ist, weil da vielleicht zwei Städte dran liegen. Nehmen wir die Ruhr und drücken auf OK. Jetzt sehen wir hier, Fluss to Query ist unsere Ruhr. Name und Mail und so weiter wird mir angezeigt. Alles klar. So, also, der nächste Schritt wäre jetzt also, wir gehen in diesen Link-Queue-Ausdruck rein. Und hier ist jetzt also, ich möchte Stadt von Städte auswählen. Bis dahin alles wunderbar. Und an Stadt soll liegt in enthalten den Fluss. Also Stadt ist ja unsere Stadt. Liegt in ist die Liste voller Flüsse. Also das war ja mal unsere Relation. Und dann steckt hier dran eben dieses Contains. Und da packe ich jetzt diesen Fluss zu Query rein. Da haben wir jetzt im Prinzip eben die Ruhr ausgewählt. Also müssten wir jetzt alle Städte auswählen, die an der Ruhr liegen. Und von denen wird auch die ganze Stadt ausgewählt. Hier steht Select Stadt. Also nicht irgendwie einzelne Attribute oder sonst irgendwas. Jo, machen wir das. Und lassen wir das mal eben ausgeben. Das sieht gut aus. Also, wir haben jetzt hier ausgegeben. Mühlheim und Essen. Schauen wir nochmal kurz ins Instanzen-Diagramm. Und da sehen wir ja, okay, alles klar. Die Ruhr hatten wir ausgewählt. Da liegen Mühlheim und Essen dran. Passt. Und bis hierhin alles wunderbar. So, jetzt schauen wir uns mal weiter an. Also ich habe jetzt hier noch eine zweite Abfrage reingebaut. Auch hier wieder geht es wieder um Personen. Wir sehen, da wird jetzt ein I-Enumerable Personen draus. Wir wählen Personen aus, die jetzt in einer Stadt wohnen, die an diesem Fluss liegt. Das machen wir folgendermaßen. An der Person hängt ja dieses WohntIn dran. Das WohntIn ist eine Liste voller Städte. Und dann gibt es dieses Any. Diese Any-Abfrage. Und jetzt suchen wir halt eine, bei der irgendwie dieses LiegtAn den Fluss enthält. LiegtAn ist ja jetzt an der Stadt wieder eine Liste. Und diese Liste soll jetzt diesen Fluss enthalten. Und sobald diese Liste diesen Fluss enthält, ist in diesem Any einmal ein War drin. Und das heißt, dann würde er diese Stadt als korrekte Stadt, also als Trefferstadt, zurückmelden. Und dann wäre dieser Ausdruck wahr. Das heißt, dann würde diese Person ausgewählt. Ja, dann habe ich wieder eine Order bei, also wieder bei Family Name, also beim Familiennamen. Wir selektieren wieder die ganze Person. Ja, und das Ganze jetzt wieder mit Distinct. Und also Leute, die jetzt irgendwie in mehreren Städten wohnen, die an Flüssen liegen, die würden hier nur einmal auftauchen. Drücken wir mal auf den Step-Over-Knopf. Und dann sehen wir, alles klar. Jetzt werden hier Personen ausgewählt. Und so, gucken wir mal. Also, was haben wir ausgegeben? Pitt und Otto. Das wundert uns jetzt auch nicht so gigantisch. Weil wenn wir uns mal zurück erinnern, also die Ruhr geht durch Mühlheim und durch Essen. Und in Mühlheim und in Essen, da wohnen Pitt und Otto. Und sonst wohnt da niemand. Das heißt also, das, was der hier ausgibt, ist genau richtig. Auch wieder sortiert. Also im Prinzip alles wunderbar. Ja, und dann machen wir hier Continue. Und dann kümmern wir uns mal um den letzten Knopf. Da geht es jetzt darum, wir wählen Land aus. Und wählen aus diesem Land, aus die Städte aus. Und wählen aus den Städten die aus, deren Einwohner wir nicht anzeigen wollen. Ja, so ein bisschen von hinten durch die Brust ins Auge konstruiert. Aber dass man einfach mal sieht, was man mit dem Link Queue machen kann. Also das Erste, was passiert, diese Select Object Form, das ist ja unsere Liste. Ja, ein zentrales Element ist ja immer die Auswahl von Objekten. Und dem verfüttern wir einfach alle Länder. Das ist ja jetzt bei uns nicht so viel. Das ist nämlich genau Deutschland. Und dann wählen wir das Land aus. Na, wenn Sie das zu Hause selber mal machen, können Sie ja noch ein zusätzliches Land anlegen. Den Create Knöpfe und so weiter haben Sie ja alle. Aber wir gehen jetzt hier mal exemplarisch durch. Wenn ich das mache, erscheint eine Liste aller Länder. Gut, da wähle ich jetzt Deutschland aus und drücke OK. Ja, auch hier wieder, wenn das jetzt null gewesen wäre, dann hätten wir gleich aufgehört. Dann hätte nämlich irgendjemand den Abrechen Knopf gedrückt. So, jetzt machen wir folgendes. Jetzt nehmen wir diesen gleichen Dialog und verfüttern dem aber alle Städte. Und Sie sehen, jetzt kann ich quasi hier, wo dieses IAnimalRevel übergeben werden müsste, kann ich jetzt einfach Link Queue hinschreiben. Also Link Queue, Stadt aus der Liste aller Städte, wo die Stadt, Punkt liegt in. Also dieses Liegt-In-Attribut von der Stadt, genau gleich diesem Land aus der Query von eben ist. Ja, und das haben wir ja eben auf Deutschland gewählt. Da selektieren wir wieder die ganze Stadt. Also das hier ist jetzt im Prinzip unser IAnimalRevel für die Auszuwählenden. Ja, und auf dem führen wir jetzt nochmal ein Select aus, dass da wirklich nur Städte rauskommen. Weil dieser Select-Form, der kann ja mit allen Named-Objects arbeiten. Und hier drin ist jetzt also dieses OS-Stadt, also das Objekt wird als Stadt gecastet. Und da käme eine Null raus, wenn es keine Stadt ist. Und deshalb haben wir hier am Ende ein IAnimalRevel voller Städte. Das ist einfach nur, damit wir sicher sein können, dass aus unserem Select-Object tatsächlich nur Städte rauskommen. Wenn wir jetzt hier mal auf Step-Over klicken, dann geht hier wieder das Form auf. Und jetzt wählen wir einfach mal hier, weil wir gesagt haben, wir wählen mal drei Städte aus. Das sind ja die, deren Einwohner uns nicht interessieren. Ja, und die jetzt logischerweise hier in der Liste der auszuschließenden Städte landen. Und jetzt wird lustig, jetzt kann ich nämlich diesem IAnimalRevel gleich sagen, mach mal eine Liste aus dir. Also ToList erzeugt mir eine Liste und zwar eine komplette Liste im Speicher. Wenn Sie also meinen, die Verlegenheit kommen, so ein IAnimalRevel komplett im Speicher zu haben, für irgendwelche Zwecke. Weil Listen kann man ja frei zugreifen, vorwärts, rückwärts und so weiter. Oder auch an die so und so viele Stelle. Das geht ja mit diesen Aufzähltypen nicht. Dann können Sie es einfach mit ToList umformen. Dann holt der alle und packt die in die Liste. An der Liste gibt es eine Funktion, die heißt ForEach. Und die ForEach bekommt jetzt nicht Parameter im Sinne von Werten, sondern die bekommt als Parameter eine Funktion. Und hier habe ich jetzt mal eine Konsole WriteLine übergeben. Das heißt, er macht jetzt für jede Stadt in der Liste, übergibt er an die Funktion Konsole WriteLine. Und da haben wir ja eben dafür gesorgt, dass unsere Two Strings entsprechend überschrieben sind. So dass jetzt hier bei auszuschließenden Städte genau die drei, die wir eben ausgewählt haben, nämlich Bielefeld, Mülheim und Essen, mit ihrer ToString Methode, also mit dieser GetDescription, entsprechend aufgerufen werden. So, jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, worum es hier in der Demo geht. Also wenn wir jetzt eine Liste machen wollen von Städten, die in dem Land liegen, aber eben nicht ausgewählt wurden, dann machen wir das so. Also, wir machen wieder ein From und die Liste, von der wir selektieren, die ist jetzt hier quasi eingebettet. Also von da nach da ist eine eingebettete Liste und zwar alle Städte, die in unserem Ursprungsland liegen, also in dem eben ausgewählten, die selektieren wir als A-Stadt. Und von dieser Liste selektieren wir die Stadt und wer Städte to exclude, das ist unsere Liste von eben, contains Stadt. Also wo das nicht so ist. Das heißt also hier kämen ja erstmal alle Städte, die in Deutschland liegen raus und aus denen wird selektiert alle die, die nicht in Städte to exclude inkludiert sind, also die dann nicht, wo das contains nicht positiv ist. Und davon wählen wir wieder die ganze Stadt aus. Also wir wollen wieder das Objekt haben, das interessiert uns. Auch hier wieder restliche Städte verfüttern wir mit for each. Das machen wir mal eben, also zwei Steps, restliche Städte und ein Step drüber. Und wenn jetzt alles richtig gelaufen ist, dann sind hier Berlin und Frankfurt die restlichen Städte. Werfen wir nochmal einen Blick aufs Datenmodell, das scheint ja also zu passen. Also Berlin und Frankfurt bleiben übrig, wenn man Bielefeld, Mühlheim und Essen ausschließt. Das ergibt Sinn. Gut. Im nächsten Schritt wollen wir jetzt alle Bewohner der restlichen Städte haben. Und das können wir jetzt einfach machen. Also Asserstädte war ja das, wo wir eben diese Städte rein sortiert haben. Und da gucken wir jetzt wieder über das WohntIn. Also in der Where-Clause an der Person wird WohntIn ausgewählt. Und da muss eine von den Städten, die in diesem WohntIn drin sind, also any, eine oder mehr, muss eben in dieser Liste aller anderen Städte enthalten sein. Entschuldigung. Also hier machen wir auch einen Step over. Und jetzt wieder das Gleiche, also wieder in einem Schritt alle gleichzeitig ausgeben. Also als Bewohner der restlichen Städte werden uns jetzt hier angezeigt, der Erwin, der Klaas und der Pit. Und wenn wir jetzt mal ins Datenmodell, beziehungsweise in den Instanzen-Graf reingucken, dann sehen wir, naja, die ersten drei hatten wir ausgewählt. Berlin und Frankfurt waren die, die übrig geblieben sind. In Berlin wohnt der Erwin, in Frankfurt wohnt der Klaas und der Pit. Das passt ja so ganz gut zu dem, was wir hier gerade sehen. Also Erwin, Klaas und Pit sind jetzt diejenigen, die in den restlichen Städten wohnen. Damit haben wir jetzt zum Thema Daten erzeugen, Datenabfrage die wichtigsten Sachen durchgesprochen. Und würden jetzt im nächsten Schritt gucken, dass wir das alles auch nochmal zusammen mit der Datenbank machen. So dass wir dann am Ende in unserer Anwendung die Daten persistent in der Datenbank abspeichern können. So dass wir dann am Ende in unserer Anwendung die Datenbank abspeichern können. So dass wir dann am Ende in unserer Anwendung die Datenbank abspeichern können.